also das könnte die Farben so muss aus ich glaube es einfach mal hier es könnte nicht sein dass ich glaube ich was ist Follow me ich mache mein Teelicht Comeback ob es überhaupt ist ich bin Prozent hier unter bis hier bei der Farm wo bist du ich sehe nicht den Namen Atta Warte warte da einfach den Fackeln folgen Prozent dann öfter mal die Tür ich stelle mir ein bisschen hier vor ich habe ne Idee ne ok gib mir mal kannst du dir mich direkt davor stellen sag ich doch sonst müssen wir hier für Licht machen das soll sein Haus sein das ist nie passiert wir wurden aber groß hä was ist das denn für ein Haus ich weiß nicht ob das sein Haus ist das hier ich weiß nicht ob ich auch den Weg hier wieder raus finde ich trau mich nicht weiter der wohnt komisch ich bin hier als der Leiter auch Golder Äpfel und Diamantel nicht Kronen der Pro Prozent haben wir selbst gelöst die aber ich weiß wo ich glaube wo er haben wo die jetzt war zu dir wo ich hier den hintereingang genommen habe das ist der Not 6 ne heute in der Wiener als Schlüssel hier Projekte aber wusste da die Form schauen wir mal Ah, da hast du recht. Kannst du jetzt gleich die Note 6 lesen? Achso, warte mal, warte, 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 bleib mal stehen. Äh, 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 hier. Ja, kannst du haben. Ach, phew. Das sieht geil aus. So, dann lass uns mal weiter. Geht weg, Schweine. Wir haben eine Mission zu erfüllen. Ähm, war das los? Ja, das war ganz da hinten. Da, da. Da hinten. Warte, ich... Leg' nur noch mal fackeln hin. Sieht noch mehr. Ah, das ist ein Haus. Schönes Haus. Read Notes 6. You score the shelves for a book on a man named Iris. Finally, you find one in the form of a worn journal. Iris, eached into its spine. You skim the book. Finding that it speaks of a man named Iris who had amazed a fortune by adventuring across the world, and then moved to Land City, on the last page that's held with adventure. This man, Iris, is the one who had stolen my family's fortune. I agree that you must ask you to take my redemption. Heed to Land City and fight Iris. Then use any force necessary to treat the function. Be assumed that once you turn the treasure to my family, you will be awarded handsomely. Land City. Land City. Land City. Land City. Land City. Land City. Äh, ja. Ähm, nö. Müssen wir mal gucken jetzt. Ich denk mal, hier geht's irgendwie weiter. Scheint ich, guck mal, können wir da hinten gucken? Da gibt's noch, was du sehen. Da hinten, also da hinten war dem Turm, da war ein komischer Hafen. Noch. Also ich würde es erstmal zu diesem, also meinst du jetzt den Turm da ganz hinten? Ja. Äh, also ich würde es erstmal gerne hier hingehen wollen. Sarney City is Sandstorm and Mining Corporation. Ja, Moment. Also hier ist irgendwas. Sag mal hier. Ja. Der Ous Lake. Ous Point. Hier ist Ous Point. Ein Ous Lake. Oh. 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 Oh, guck mal, links. Was ist denn da? Ist ja geheimnisvoll. Schüter. Komm mal hier. Ous Point. Da, guck mal da hinten hin. Siehst du die Tore? Was ist da? Ja und dann, haben wir noch das da hinten hin. zu erforschen. Also wir haben noch ein bisschen was zu tun. Was kann das denn sein? Leist City. Leist City. Leist City. Das ist falsch. Das ist falsch, ja. Das ist falsch, ja. Also recht. Weil das ist nicht Land City. Wo war noch was? Also hier. Ja hier. Hier ist noch ganz viel. Guck mal hier sind Holzhäuser. Wenn wir einfach dem Weg hier folgen. Ich glaub das sieht hier nach der Stadt aus. Also hier sind keine Schilder. Mach mal ein bisschen. Die Leute sehen nix. Ja ich bin eh wie am Hellen. Dann sehen die wir aus. Jetzt haben wir hier Wundenslabs. Was ist das denn? Mit diesen Blumen. Das sind Bilder. Sieht ziemlich cool aus hier. Aha. Cool. Was ist hier? Pffs. Hier lebt ein Farmer. Ja hier lebt ein Farmer. Äh. Moment. Kann sein dass es irgendwie ein Muster ist? Moment. Warte doch erstmal bis es wieder Tag wird. Soll ich irgendwas? Hä? Warte mal. Ich kann mich auch ehren, aber ich... Warte mal. Muss ich warten. Ich muss... Ja. Das sag ich doch nur so. Guck mal ist das... Soll das was bedeuten? Ist das ein Zeichen? Hä? Hä? Hm. Sieht komisch aus. Sieht irgendwie so gewollt aus. Komisch. Und was ist da drin? Nicht besonders. Da hinten ist auch nur was. Stück für Stück. Müssen wir erstmal den Schatz finden. Erst mal den Schatz finden. Erst mal den Schatz finden. Ich finde es. Ja genau, erst die Schatz finden. Wie heißt denn mal dieser Schatz? Dieser Typ ist... Iris. 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 Genau, Iris. Ah, hier ist Redstone. Ich nehme mal Redstone mit. Sweet, Sweet. Sweet, Sweet. Da ist auch noch so ein Lavatouren. In der Ferne. Hier ist Fisch. Hier ist Fisch. Vier Fisch. Ähm. Da. Oh. Was? Oh. Da. Da geht's auch. Gott. Pff. Super. Lohnt sich nicht darauf zu klammeln. Ähm. Die hat dann das mal zum Turm, oder? Wir kommen da. Ach, geh weg. Okay. Geht. Wie heißt denn diese Stadt hier? Kann ich nicht meinen Namen haben? Da ist ne. 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 Zeig. Ich muss mal ganz schnell gucken, was hier ist. Das ist der Hafen von der anderen Seite. Ja. Green Support. Aber da sind wir Boote. Ich glaub ich... Doch, ich hab noch ein Boot. Ich komme... Steh irgendwas? Land City. Ah. Das ist die Stadt? Das Ding? Ja. Ja. Land City. Wow. Gott. 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 메 was in Minecraft macht. Darnas Shrine. Moment, Moment. Boah. Ich bin hier hoch, übrigens hier. Hier. Da geht's weiter? Ja.